Ja, ich würde sagen, ich bin raus. Na, zumindest ist es ruhig. Ja, da ist sie, also sobald die nur, also die macht zwar auch die Augen zu, aber wenn die nur ein kleinstes Geräusch hört, macht die sofort, reißt die die Augen auf, also wenn ich mich selbst im Bett, wenn ich nur ein Fuß einmal so zur Seite fällt, also ich brauche totale Stille. Bei mir wäre sie schon abgehauen. Wenn ich dich wecke, bist du ein ganz großer Katzenfan. Du willst mindestens zwei Katzen in Düsseldorf haben. Ja, so, jetzt vertreibe ich sie mal. Ist ja der Chefsässe. So ist es, Frauen haben schon genug Rechte. Ja, mach mal Platz. Oh, die Mauts sonst gar nicht. Das ist ein gefährliches Zeichen, wenn sie Mauts, das heißt, sie mag dich wahrscheinlich doch lieber. Was? Hör mal. Wichtig. Ziehleiner. Heute zeigen wir, wie wir auch anders sein. Ihr seid doch sonst nicht so. Was ist denn los? Glaubt ihr, ich bin lieber nur, weil Besuch da ist? Komm jetzt. Oh. Was? Oh. Was? Du är einfach. Verriter. Was? brewing na SGum Dasel. Wir sind übrigens schon.